Perfekt. So, hier sind wir drinnen. Haben ne Aufnahme drin. Du bist auch mit dabei zu hören, Julian. Mhm. Das ist wie gesagt für Max, also darfst du genau so bescheuert sein wie sonst immer. Mhm. Weil ich hab'n gedacht, Bilder die ganze Zeit zu schicken ist ja eigentlich schwachsinnig, ne? Sieht ja nicht, wie das Spiel funktioniert und sonst hat... Ich hab grad jemand angeschossen, der keinen Schaden gemacht hat. Fand ich witzig. Auch nicht schlecht. Ja, sie hat mir grad zwei Schlüsse in den Rücken gegeben. Ich hab' glaube ich... Ich hab' nicht mal gesehen, dass ich was verloren hab. Das war ganz cool. War ganz chillig anzusehen. Sagen, da kann man ja gar nicht klagen, hm? Ich will aber dieses scheiß Legendary jetzt sehen. Man muss aber ein bisschen mehr zocken. Ich denk' mir so, ja, ich bin schon eigentlich relativ gut equipped. Schalten wir mal so durch, weil Mune hat ein Division-Video hochgeladen. Er hat ja auch ein Beta-Key und so bla bla bla. Ja. Können wir mal gucken. Der spielt mit seinen Kollegen. Jo. Der kommt dann mit den besten Equip. Ich spiel schon seit zwei oder drei Tagen. Nix Gutes. Sehr gut. So, ich join' dich mal. Hier irgendwo war jemand. Da. Da. Da war jemand. Oh nein! Oh, du... Ach, du bist in der Dark Zone? Ja. Ich hab halt nichts in der PvE Zone. Da hab ich nichts mehr. Da kann ich gar nichts machen. Ja, doch. Ich kann nichts machen. Hast du noch nicht alles entdeckt? Die Dark Zone hätte ich jetzt gerade zum Beispiel keinen gerade. Wo hast du Lust? Aufmerksamkeit. Backup aktiviert. System rebootiert. Warning, entering Dark Zone. Warning, entering Dark Zone. Da hin. Ja. So, dann werde ich gleich ein bisschen mehr faseln, wenn ich hier raus bin. Weil hier ist ein bisschen dangerous, um erklären. Oh, das ist genial. Mein Herz pocht die ganze Zeit krass, weil ich denke, weil ich immer hier so suchen bin und ich sehe immer so Spiele und ich denke mir so, ich greife mich jetzt an oder greife mich jetzt nicht an oder greife mich jetzt nicht an? Das ist so uncool, dass wir NPC sind. Fuck it. Ja, gut, dann eben wohl die NPCs platt machen hier. Holy Shit, der hat viel Leben, der hat viel und viel Leben. Ich bin bei dir, Mark. Das wäre cool, ja. Ich bin bei dir, Mark. Das wäre cool, ja. Fuck. Ich brauche Leben. Danke. Nicht auf die Banditen schießen, der hat mich versehentlich abgeschossen. Ah ne doch nicht, der hat mich doch nicht abgeschossen. Ja, wir kriegen Hilfe von der anderen Seite. Guck, dass du ein paar Kills, weil ich will Loot haben. Ja, ich habe Loot bekommen von dem. Ja, ich auch. Ich hau jetzt aber wieder ab. Ich habe keine Lust, gerade gegen andere zu spielen. Ich will das Zeug jetzt aber kurz sichern und dann... Ich habe noch mehr... Ich kann nicht... Ich gebe das, glaube ich, dann irgendwo anders da aber ab. Ich habe eine Extraction Area hier markiert. Ah, da wird gerade Extracted, okay. Ja, da wurde gerade abgeholt. Wir gehen nicht dahin. Zu viele Spieler. Mhm. Ich komme einfach mal mit. Wo willst du hin? Ich müsste auch noch hier gleich in der... Link Zone sein. Nee, das ist ein Safe Room. Nur... Ich stärkst ein Zone ist da unten. Okay. 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 Nee, rechts von uns aber ist nur noch eine. Nee, bei mir nicht. Da ist noch ein Safe Zone. Ach nee, das war links. Ups. Warte mal, ich gehe mal nach da unten. Weil da ist auch ein Exit. Ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Du meinst die... der Karte, die rechts unten, ne? Genau. Oder links unten. Bitte, keine NPCs. Links? Hm. Nee, keine NPCs. Die sind aber weiter als die rechts unten. Ah, hier ist noch Loot. Loot, 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 Loot. Können wir noch mal in den Untergrund? Booth! Geht schon. Okay. Das kam ja unerwartet schnell. Brrr. Fuck. Ja, das wird jetzt cool. Ähm. Ich geh einfach zum Checkpoint schnell durch. Ich komm jetzt sofort. Brauch ne Minute. Ich hab den verrückten... Ich hab den verrückten... Oh, hinter diesen Gegner. Bist du bei uns? Bist du bei uns? Ne, der ist getötet worden. Blut. Blut. Ja, dann geh ich einfach schnell zum Checkpoint. Sind wir da. Ja. Oh, ich leg mich doch am Arsch. Wie sind wir hier hingekommen? Da wollte ich nicht hin. Du hast nen Markierer falsch gesetzt. Da wollte ich hin. Mann! Ich geh nach da. Wie gesagt, ich muss kurz weg. Ich geh kurz die Sachen von mir ab. Ne, so viel Zeit hab ich nicht. Wenn ich hier stehen bleibe, dann ist natürlich meine Sachen weg. Ich mach das später gleich, bald wie auch immer. So, dann geh ich kurz weg. Halt.